Wer will singen für Bildung? Und das ist eine Nachricht an den Kultusminister, wir lassen uns Kürzungen nicht gefallen, denn Musik ist das beste Fach der Welt. Freude, schöne Götter, wungen Tochter aus Elysium, wir betreten Feuertrunken, himmlische Leim heiligtum. Keine Kürzung in Musik! Keine Kürzung in Musik! Keine Kürzung in Musik! Machen Sie alle Kinder! Die Staatsminister schlagen vor, dass im Fach Musik, Kunst, Wort und der zweiten Fremdsprache gekürzt werden soll. Aber wir fragen uns, Kultusminister, wie kann der Vorschlag, an der Kultur zu kürzen, aus einer Stadt kommen, die sich um den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 bedürft? Wir würden uns freuen, wenn Sie die Lesen zur Kenntnis nehmen und uns vielleicht in Ihre Regierungsarbeit einbinden können. Gut, vielen Dank. Ich habe noch etwas für Sie. Okay. Außerdem haben wir Schüler gebeten und auch Studenten, ihre Erfahrungen mit dem Musikunterricht aufzuschreiben und auch vor allem darum, sie nicht wollen, dass Musik wegfällt. Das sind mehrere Musiklieferungen. Um das mal ganz deutlich zu machen, also Musik fällt nicht weg. Entschuldigung. Es ist ein Vorschlag, den wir erarbeiten, aber es ist nur ein Vorschlag. Es fällt mir viel, dass ich mich nicht wegfällt. Ich will kein... Ich will kein Vorschlag. 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 Vielen Dank.